hi leute bevor das video startet würde ich euch bitten ein abo dazu lassen und wenn ihr ein abo schon da gelassen habt bitte aktiviert noch die glocke denn ich werde jetzt wieder daily uploads machen und ich würde mich sehr freuen wenn ihr die glocke aktivieren würdet und wir sehen uns dann gleich im video viel spaß hi leute ich bin es alex place und willkommen beim neuen video auf meinem kanal und ein video mal nach sehr langer zeit aber heute bin mir den shotgun modus ich liebe diesen modus über alles es sind einfach so viel freaks unterwegs ist einfach nicht normal und ich werde auch in dieser runde schaffe ich mindestens fünf kills und ich lande erst mal main und der wird fast eh niemand landen und die waffen drops sind nicht normal denn manchmal bekommt man main gar nichts geht da oben hat schon mal eine waffe aber gar kein problem flexig weg die waffe ist einfach so gut aber die heavy die gibt einfach die besten snipes ab ganz ehrlich in diesem modus nur eine waffe benutzen keine zwei es ist einfach so und ich jetzt zwei zu spielen und platz verschwenden und vergisst auf jeden fall keinen hier und wir sehen uns dann beim nächsten fall okay da vorne ist jetzt einer nein meins auf erde immer finde ich nicht vergessen könnt euch mal die gegner könnt euch mal die gegner nächster er hat sich verkämpft schnell die waffen wechseln bignis schnell gönn da sind auf jeden fall mehrere ich place jetzt auf jeden fall gleich noch eine waffe nein ich wollte doch eine falle place man egal vier kids läuft da noch jemand rein oder ist da zu blöd jetzt ja das wird nichts egal wir sehen uns dann gleich der nächsten runde keine fünf kills aber auch vier so jetzt bin ich hier auch mal endlich der nächsten runde angelangt und jetzt versuche ich mal wieder ein main eine waffe zu bekommen solange da im main jemand tnt hat ist die welt auch in ordnung perfekt reingeflogen tut mir leid ist meine waffe tnt das werde ich absolut nicht benutzen benutzen in main das ist nicht gut oh der arme ich finde ich stehen gar kein problem ja moin er ist tot ja moin diese pump kann ist das geil was er dachte meine fresse diese pump ist einfach ein nice junger auf die range also gibt es hier verbände vier kills habe ich wieso auch immer ich kann nicht pushen ich bin einfach one shot man verbände hat anscheinend jemand geklaut oder guck guck ich bin von schock junger was soll ich tun egal leute das was mit dem video ich hoffe ihr lasst ein like da oder eine positive bewertung oder was auch immer für eine bewertung hate ist mir auch gar kein problem aber eine bewertung und das am mittwoch wird das nächste video kommen es wird wieder daily upload kommen ich bin so gehypt auf youtube und bis zum nächsten mal tschüss